Die Trizepsübung, Trizepsdrücken im Untergriff mit der geraden Stange. Auch hier wieder ganz klar, häufigster Fehler, zu hohe Gewichtsbelastung, zu viel Schwung aus dem Rücken, unkontrollierte Bewegungsausführung ohne Zielmuskelfokus. Ganz wichtig, immer ohne Umkehrschwung ausführen, das heißt oben am Ende exzentrischer Phase kurz anhalten, einleitende konzentrische Phase am tiefsten Punkt kurz anhalten, nach oben und dann wieder beim Runterdrücken ausatmen. Ausatmen, schöne, gleichmäßige, kontrollierte Bewegungen.